Willkommen zu einer neuen Folge The Simpsons Springfield auf neue Basis. Ich habe das Spiel währenddessen einmal gespielt. Vielleicht sind ein paar Änderungen da. Würde man glaube ich direkt erkennen bei so wenig wie ich bisher in dem Spiel hier erreicht habe, bei dem Account halt. Und ich hoffe mal, dass ich den Account jetzt nicht irgendwie verliere. Zum Start, das mal alles einsammeln lassen. Was möchtest du von mir? Ja. Geh wieder arbeiten. Alles klar. Ja, zur Information, ich habe jetzt Trust in den Clown. Den habe ich beim letzten Mal freigeschaltet. Ja, das ist eins ist zu neu eigentlich. Ich will die Scheiße nicht. Klinge das ab dem Garten. Einfach so voll Bockbasis. In die andere Richtung ist das wohl auch noch ein bisschen gehen. Warte. Habe ich genug Moneten? Beide Grundstücke zu kaufen. Hoffe ich mal. Dann lage ich mal hier kurz den ganzen Müll ein. Herschrau ihr was? Doch ey! Ich verscheide, man kann nicht in beide Richtungen machen. Nööööööö. Einfach damit es in die andere Richtung auch mal geht. So. Dann hier kurz meine Rubbel losatholen. Ja, 340 Euro. Hier ist aber kein Tingle Tangle Bob. Oh, da war gerade einer. Sind hier die? Ich habe ein. Einer von drei. Ich habe dich im Auge. Okay. Okay. Anscheinend kann ich jetzt gerade wieder nichts machen. Ist ja wunderschön bei so Anfangsdingen. Ich gebe dann nochmal allen die Aufgabe, dass sie irgendwas zu tun haben, damit ich Geld kriege, während ich offline bin. So viel wie möglich. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Leute. Tschau. 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 Tschau.